Gary Webb, San Jose Mercury News. Glauben Sie an Verschwörungstheorien, Gary? Nein, ich glaube nicht an Verschwörungstheorien. Ich glaube, dass das keine Theorien sind. Wusste die Regierung, dass sie tonnenweise Kokain in die Vereinigten Staaten schmuggelten? Ja, die Regierung wusste es. Das führt zu sensiblen Fragen der nationalen Sicherheit. Nationale Sicherheit und Crack-Kokain in einem Satz? Hört sich das für dich nicht auch komisch an? Ich erzähle Ihnen die ganze Wahrheit. Ich mache Sie mit Leuten bekannt, mit denen Sie reden sollten. Und dann stehen Sie vor der wichtigsten Entscheidung Ihres Lebens. Ach ja, und die wäre? Ob Sie ihr Wissen teilen oder nicht. Einer der meistgesuchten Dealer hat täglich ein paar tausend Kilo Kokain in die USA geschmuggelt. In Ihrem Auftrag. Wessen Auftrag? Im Regierungsauftrag. Ach du Scheiße. Die Nachfrage war riesig, ich kam gar nicht hinterher. Heikle Informationen haben Sie da. Gefährliche. Was Sie gefunden haben, Gary, ist ein Monster. Sie wollen mir ernsthaft sagen, ich soll die Finger davon lassen? Wenn Sie klug sind, ja. Die Story macht den Menschen arzt. Sollte sie auch. Das sind laufende Operationen und durch Sie könnte das Ganze aufliegen. Wir wissen, dass Sie Nicaragua waren. Wer dich verfolgt? Ich dachte, mein Job wäre es der Öffentlichkeit, die Wahrheit zu sagen. Die Fakten, ob sie schön sind oder nicht. Wir würden nie Ihre Kinder bedrohen, Mr. Webb. Was haben Sie gesagt? Es ist vorbei. Nein, ich bin noch nicht fertig. Das ist eine wahre Geschichte. Manche Geschichten sind einfach zu wahr, um sie zu erzählen.